Sozusagen der Vorteil an der Weihnachtszeit. Oh. Heute müssen das Moe und Einstein fallen. Und wenn mir das nicht gelingt, dann beim nächsten Mal. Das hier ist übrigens die Fortsetzung meines Zestus-Only-Runs. All der Dings werde ich erst mal ein paar andere Dinge vorziehen. Naja, nicht müssen, aber tun. Hallo Norti, herzlich willkommen. Nimm dir Geks. Geks. Oh. Medias. Ich ziehe mal nicht vorhandenen Hut. Vielen Dank. Sendung ist angekommen. Herzlichen Dank. Die PS4 leider noch nicht. Obwohl es auch heute eigentlich hätte da sein sollen. Aber ich hätte sie vielleicht vorlaufender Kamera auspacken können. Aber dann wäre wahrscheinlich sowieso erst mal ein paar Stunden noch Updates und so Quatsch gelaufen und Einrichtungen und so. Keks ist mir jetzt aber gerade besser. Lieber. Und außerdem müssen erst Mo und Ornstein dran glauben, bevor ich den allerersten Schritt in anderen Spielen wie zum Beispiel Bloodborne machen kann. Ich habe mir eine kleine Liste gemacht. Ich habe mir ein paar kleine Notizen gemacht, was ich tun kann, was mir helfen könnte. Hallo Dr. Gavla. Was mir helfen könnte, mit Smo und Ornstein vielleicht ein bisschen leichteres Spiel zu haben. Wirst du es streamen? Ich werde es auf jeden Fall anfangen zu streamen. Also gleich von Anfang an. Das ist dann sozusagen ein Blind Run für mich. Ich habe zwar viel im Stream gesehen bei anderen Leuten, aber irgendwie immer nur so ich habe es nicht wirklich aufmerksam verfolgt. Mir ging es eigentlich eher um den Chat und die Reaktion der Leute und so. Insofern werde ich es alles neu für mich. Und ich werde es anfangen zu streamen und wenn es mir gefällt, dann auch weiter. So. Aber was ich jetzt vorhabe, machst du heute noch Neulondo? Die Ruinen von Neulondo? Da muss ich auch hin, ja. Ich habe mir ein paar Sachen notiert. Also, hier steht auf meinem Notizfenster Wolfring, Sif, Gwendolyn, eventuell Resistance erhöhen, graue Blocken für Blitz-Zestus-Farmen, Ceaseless-Discharge, Sensenmann-Rüstung, ich vergesse immer, wie die heißt, Firekeeper-Soul Neulondo, gucken, welche Maske ich habe und Flip-Ring. Und all das könnte mir unter Umständen bei dem Quatsch hier helfen. Also, bleibt mir wohl nichts anderes übrig, als jetzt erstmal hier rauszugehen. Also, ich könnte natürlich noch einen Versuch machen, so ganz frisch, ganz frisch und völlig unbelastet, ne. Was auch, mache ich mal einen Versuch. Wenn der nicht klappt, dann gehe ich erstmal los, mache ein paar andere Bosse. Ah, ja, Goldsaumgewand, so war es richtig. Dankeschön. Mache ich ein paar andere Bosse und andere Dinge, hole mir vielleicht noch, wie gesagt, Level ein bisschen hoch, hole mir ein paar Boss-Seelen, vielleicht noch ein, zwei Rüstungsgegenstände oder Ausrüstungsgegenstände, na. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Wow. Und wenn es nicht klappt, wie gesagt. Und wenn es klappt, ist es natürlich geil. Hallo, Kantenflimmern. Alter Schwede! Der Schwede ist so alt, der ist schon uralt. Mist. Und Shadows? Auf, was? Cosplay in Dark Souls? Ich kenne das Wort nicht, was du da gerade sagst. Das ist mir neu. Mist. Vielleicht ist der Trick ja, dass ich versuchen muss, beide im Auge zu behalten. Alter Schwede! Hänge mir fest. Hänge mir fest. Shadow of... Okay. Kenn ich halt nicht, ne? Ne, 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 ne. Ne, 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 ne. Man macht aber echt richtig, richtig selten Schaden hier. Ich glaube, der Clou ist. Ah, Mist. Mist. Doppelmist. Ah ja, gut. Also. Ich haue hier erstmal ab und muss gucken, dass ich mich irgendwie noch ein bisschen stärker gestalte oder mir noch irgendwelche Vorteile verschaffe. Zum Beispiel Kulzraumrüstung. Ich kann Phantomen beschwören, selbstverständlich kann ich Phantomen beschwören. Aber die Aufgabe ist es, es ohne Phantomen zu schaffen. Und naja. Entweder es klappt oder die Aufgabe ist nicht erfüllt. So einfach. Ist hier schon offen? Nein. Na. Na, 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 na. Ach ja, und ich habe es schon getwittert. Ich habe jetzt endlich erfolgreich Fatal Frame 5 bestellen können. Und zwar gibt es das nicht direkt von Amazon, sondern nur vom Marketplace-Händler. Ich weiß nicht, ob die vielleicht die, sagen wir mal, den Vorrat künstlich niederhalten. Wäre noch cool, wenn ich zwei Freunde hätte. Oh, ja. Einen Moment. Es klingelt vielleicht. Ist ja meine Dingens. Es klingelt, es klingelt. Einen Moment, bitte. Es klingelt. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. So, wieder da. Yo, Forrest. Sure am I. Ja. Ja, aber erst mal sind selbstverständlich Small and One-Style dran, ne? Ah, ich habe ja auch lang genug drauf gewartet. PS4 halb. Und ich gebe sozusagen einen Großteil. Oder sagen wir einen großen Teil. Meines Weihnachtsgeldes aus. Dafür. Aus mehreren Gründen. Fallout 4. Und eigentlich schon doch Bloodborne, weil ich ja doch irgendwann ein bisschen neugierig geworden bin, ne? Ohne Spiel, jawohl. Denn der liebe nette Medias war bereit, mir ein Spiel zur Verfügung zu stellen. Es gab also kein kein Bundle, was ich irgendwie haben wollte. Was ich haben wollte und was sich irgendwie gelohnt hätte. Ich habe jetzt einfach die einfachste Version genommen. 500 500 Gigabyte. Reicht mir völlig hin. Wir fliegen halt zwischendurch Sachen wieder runter, habe ich kein Problem mit. Na ja, so sieht es jetzt aus. Jetzt habe ich das Teil, aber wie gesagt, ich müsste es jetzt erst noch aufbauen und anschließen und einrichten und wahrscheinlich eine halbe Stunde Updates machen und bla und blie und blunter. Dann klappt es bestimmt nicht mit mit irgendwie Playstation Accounts verbinden oder beider nutzen und dann naja, solche Sachen, ne? Hallo Wodkark, schönen guten Abend. lalala, 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 so. Also. Ich konnte Gwyndolin jetzt noch nicht machen, weil ich habe den Ring nicht, mit dem ich ihn, mit dem ich diese Illusionswand wegkriege. Ich mag das auch, Medias, aber nicht, wenn ich gerade andere Dinge tue, ne? Und andere Dinge gerade vorhabe. Ja, jetzt habe ich den Anschluss verloren. Ich weiß nicht mehr, was ich sagen wollte. Ah, haha. Ah ja, jetzt weiß ich es wieder. Ich kann jetzt noch nicht zu Gwindelin, weil ich kann die Illusionswand noch nicht wegmachen mit dem Ring, der dafür notwendig ist, den man aus dem Katakomben kriegt. Und ich kann ja auch die Prinzessin nicht töten. Also dieses Abbild der Prinzessin, der von Gewinnewehe heißt es hier, glaube ich. Ohne am Small and Ornstein vorbei zu sein. Also, ne? Freust du dich auf Bußborn? Ich freue mich auf viele Streams bei Lobos. Auch solche Sachen, ne? Also bei mir geht es bei meinen Streams, also sowohl bei denen, die ich mache, ich hoffe, ich bringe das rüber, als auch bei denen, die ich gucke, nicht zwangsläufig um Leistung. Also es geht mir nicht darum, dass da einer total skillig ist. Das kann ich auch bei YouTube gucken oder so. Sondern es geht eigentlich darum, dass der Vorgang unterhaltsam ist. Und dass die Interaktion vielleicht nett ist und solche Sachen. Finde ich, das finde ich eigentlich in Ordnung. Und wenn einer im Spiel nur langsam vorankommt, finde ich es auch nicht so schlimm. Aber wie gesagt, einmal habe ich es, ich habe es schon einmal erwähnt, beim Streamer Holy, HolyFist, da finde ich es an vielen Stellen zu sehr in Länge gezogen. Also es ist nicht so, dass er nur langsam vorankommt, sondern dann passieren so Sachen wie, Leute, 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 ich stehe vor der Tür. Soll ich dich aufmachen? Dann erst mal drei Minuten, ich gehe mal an das Ding da ran. Dann erst mal drei Minuten reden und dann, Leute, ich mache die Tür jetzt auf. Alles klar, Leute? Naja, und dann wartet man noch weitere zwei Minuten und dann macht er die Tür auf. Also es ist natürlich jetzt äußerst übertrieben, tut mir leid. Das war jetzt sehr, sehr, war ein bisschen an Haaren herbeigezogen. Aber die Art und Weise, da brodelt meine Ungeduld doch hoch. Boostbone, ja, also Drunken Streams. Also wenn das zu sehr ausartet, dann werde ich da auch nicht zugucken. Also die können vielleicht ein bisschen, die Leute können ein bisschen angeheitert sein oder ein bisschen locker sein. Das finde ich in Ordnung. Aber in dem Augenblick, wenn Leute anfangen, Unsinn zu reden, also groben Unsinn, oder auch, sagen wir mal, irgendwie frech oder rotzig werden oder sowas, dann ist es gelaufen. Dann will ich mit den Leuten nicht zusammen sein. Oder auch, denen nicht zugucken. Weil in meiner Vergangenheit habe ich genug Leute gekannt, die zu viel gesoffen haben. Ich selbst nicht, weil ich trinke überhaupt kein Alkohol. Das liegt wahrscheinlich auch unter anderem daran. Ich habe zu viele schlechte Leute gesehen, zu viele schlimme Leute. Und was wollte ich hier eigentlich? Ich wollte eigentlich hier und so. Dass ich da einfach keinen Draht zu habe und das auch nicht haben will. War es nicht so, dass Twitch eine Regel hat, weswegen ich den Ohrsaft trinke? Ich weiß nicht. Ich weiß, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Bei mir ist das egal. Ich muss mir keine Gedanken machen um Alkohol, weil ich trinke keinen Alkohol. Weil ich hasse so Leute, die wirklich besoffen sind, da ein richtig, richtig, richtig großer Widerwille. Ich finde das auch kein bisschen lustig, wenn einer irgendwie so auf dem Weihnachtsmarkt oder so lustig wird. Und was ich auch ganz, ganz übel finde, sind so grölende Besoffene, die irgendwie gerade vom Sport kommen oder aus dem Stadion oder so. Da habe ich nun wirklich keinen, keinen, keinen Draht zu. Muss ich aber auch nicht. So, jetzt bin ich angekommen. Lassen wir mal dieses komische Thema weg. Wow. Also. Ich muss ja so oder so erst mal in Richtung Feuerbahn schreiben. Von da aus kann ich nämlich runter in die Ruin von Neulon. Da könnte ich mir erstens die Seele holen, die Feuerhütterseele, die da noch rumliegt. Ich könnte zweitens versuchen, an den Geistern vorbeizurennen oder vielleicht sogar sie Platz zu machen, um den Siegelschlüssel zu kriegen, das Wasser unten abzulassen. Dann könnte ich dort nämlich ein paar graue Brocken farben. Und mit den grauen Brocken könnte ich nämlich meinen zweiten Zestus, den linken hier, zu einem Blitz Zestus machen. Ich habe mir nämlich keine Kosten und Mühen gescheut. Ja, Kosten schon, aber Mühen nicht. Okay, Mühen schon auch, aber wenigstens einen kleinen Ausflug, einen digitalen Ausflug nicht. Ich habe nämlich mal nachgelesen, wie tatsächlich die Resistenzen von Smoe und Ornstein sind. Und es ist wie irgendeiner von euch, ich weiß es leider nicht mehr, wer es schon mal gesagt hat. Nämlich, dass einer von beiden relativ blitzempfindlich ist und der andere relativ feuerempfindlich. Hallo Robby, Chapstick, herzlich willkommen. Preise die Sonne, sozusagen. Und ich habe gemerkt, ich habe ja gemerkt, dass, ich habe ja ein Feuer Zestus, habe gemerkt, dass, dass der Schaden, den ich damit mache, dass der eigentlich relativ jämmerlich ist. Aber, vielleicht habe ich ja das Glück, dass der gute alte Smoe empfindlicher reagiert auf den Blitz, auf die Blitzdinger da, auf den Blitzschaden, als Ornstein auf den nicht besonders hohen Feuerschaden. Und wie gesagt, das echt gefährliche ist ja vor allem, dass sie zu zweit sind. Und wenn ich es irgendwie hinkriege, dass ich einen von beiden platt kriege, naja, dann kriege ich den anderen auch irgendwie platt. Also nach so und so viel Versuchen. Ich hatte es ja schon zweimal so, dass, ähm, dass, also, naja, dass ich, dass ich einen, verdammt vergessen, einen nur noch über hatte, ne? Na gut, das passt. Sofern ich, sofern ich einen, äh, entweder einen Sprungangriff hinkriege, oder, ähm, naja, zwei Angriffe machen, ne? Nicht weit genug. La, 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 la. Preise die Sonde. Preise die Sonde. Preise die Sonde. Ah, mach schon! Komisch, ich glaub schon. Wow, so. Das war, äh, da, ne? Ich hab mal einen Cestus-Bahn gesehen, wo der einen Blitz- und den Feuer Cestus hatte, ja? Ja. Hab ich gest... Nein, hast du nicht geschrieben, geil! Gratuliere! Fallout New Vegas, sehr gut. Ist geil, das Spiel, ne? Ich find's super. Ich find's total geil. Ich hab's auch durchgespielt. Mehrfach. mhm, 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 mhm. La, 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 la. Sehr geil, das Spiel ist jetzt richtig. Ich bin auch echt richtig fickerig auf Fallout 4. Bestellt ist es. Aber es muss ja trotzdem erst mal da sein, ne? Oh, oh. Wip, wap, wap. Einer weniger. Ich kann gleich lesen, was ihr geschrieben habt. Einer weniger. Noch einer weniger. Ich hab New Vegas nie gespielt. Ich hab's zweimal bis zu einem Punkt gespielt. Ah. Ja, cool. Ja, die liegt da, ne? Ich hab so viel Unmut gegenüber Fallout 4 gelesen. Ich lese nichts. Ich lese nichts. Schlechte Grafik. Hallo, Cassiopeia. Herzlich willkommen. Von mir aus könnte fordern... Ja, also leichte Grafikverbesserung fände ich schon schön. Aber, äh, naja. Ist mir auch nicht so dramatisch wichtig, sagen wir mal so. Wichtig sind mir andere Sachen. Och, Mann. So, Geschichte. Dass die Geschichte geil ist und so. Ach, Mist. Ich heile mich besser mal. Ich heile mich besser mal. Puh. Ach, die Grafik. Na. Also, ich sag mal... Ich find's gut. Ich find gute Grafik gut. Also, ich find... Ich bin ein Freund von schöner Grafik. Aber, wie ich mal gesagt habe... Ähm... Gute Grafik ist ein... Eine Zutat für ein Spiel. Aber nicht die einzige. Ne? Nicht... Beileibe nicht die einzige. Ich will hier keine... Spezialangriffe machen. Okay. Komm, 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 komm. Ich hab hier echt Angst, dass ich hier eingekesselt werde. Kein Level Cap. Das ist gut. Das ist gut. Das ist sehr gut. Da bin ich echt froh drüber. Komm. Komm. Ja. Jetzt habe ich keine Wanderflüche mehr. Verdammt. Verdammt. Hm. Nein. bkb habe ich nicht habe ich nicht jetzt muss mir wanderfläche kaufen ich glaube die händlerin da oben hat welche es sei denn ich renne einfach durch versuchen versuche das ist einfach ganz gnadenlos habe nichts zu verlieren keine menschlichkeit so gut wie keine seelen kann ja nichts verlieren ornstein und small sind immer noch auf dem plan und das was ich jetzt hier gerade tue hat eigentlich alles als ziel smoke und ornstein platt machen also ziel ist jetzt blitz zestus herzustellen und ein bisschen zu leveln und solche sachen also ich freue mich echt auf vor dort vier kannst du sagen was du willst das wird bestimmt ziemlich geil wenn sich herausstellt dass das alles überhyped ist und doch nicht so super na gut ja stimmt richtig hast recht hast recht hier nämlich besser nicht wollen ja wahrscheinlich klappt es auch nicht wahrscheinlich kriege ich es nicht hin ich versuche es trotzdem mal ich würde es gerne auch mal ich würde es gerne mal schaffen und wenn ich es nicht schaffen so nah was soll's ich kann hier nur gewinnen wenn ich schaffe bin ich cool wenn ich war sowieso zu schwer die geister sind wirklich ätzend ich muss jetzt gucken dass ich an denen vorbeikomme hier ich muss den typen auf dem dach töten das stimmt hallo also alpha wolf herzlich und so weiter oh man okay Streamst du morgen auch? Jawohl. Donnerstag ist ja eigentlich mein Hauptstream-Tag. An den anderen Tagen mache ich es ja nur nach Lust und Laune. Und heute ist Lust und Laune. Man glaubt es kaum. Soll ich das wirklich schaffen? Man sieht was vom Kampf. Hat man doch. Ich hab's geschafft. Lalala. Ha! Geister! Wer braucht schon Geister? Wo wir hinfahren, brauchen wir keine Geister. Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da. So. Ne? Eigentlich bräuchte ich auch noch ein paar Heimatknochen, ne? Oder Rückkehrknochen, wie auch immer die heißen. Ich hoffe, dass ich überhaupt mal so diese Gegner hier schaffe. Hallo, Angelwork. Schönen guten Abend. Weißbrot. Okay. Ich muss dir wohl glauben. Also wenigstens einen von den Dingern brauche ich, ne? Von den grauen Brocken. Immerhin habe ich schon das Glück gehabt, jetzt... Moment, mal kurz konzentrieren hier. Versuchen zumindest. Wow! 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 Wow, Teil 2! Wow! Ah, übrigens. Dr. Gavlan? Aufgabe erfüllt. Na, ich habe das auch nie probiert. Bis jetzt habe ich ja immer ein Schild gehabt, ne? Geil. Ich merke gerade, dass sich in mir die Gewissheit aufbaut, dass wenn ich wollte, könnte ich heute Bloodborne spielen. Aber... erst ist den Smoe und Ornstein dran. Die auf jeden Fall. die haben mich so zu Klump geboxt, die ganze Zeit haben sich ins Fäustchen gelacht und immer wieder das kann ich nicht akzeptieren. So, mal sehen, ob ich da irgendwie hier zurande komme. Ich sehe leider nichts. Ich sehe nichts, ich sehe nichts, ich sehe nichts. Meiner Meinung nach, die schwersten gehen ja zu Perlen, der Schlag kommt dann immer so... Ja! Ich habe meine PS4 wahrscheinlich erst um Weihnachten... Na, tut mir leid. Na, ich habe ja auch über ein Jahr auf meine gewartet. Wann ist Bloodborne rausgekommen? Ich weiß es gar nicht. Also, ich muss so ein bisschen Parry-Timing lernen bei denen, glaube ich. Oder die Bewegung, sodass ich um sie rumrollen kann. Eins von beiden. Ich erwäge mir noch den Flipring zu holen. Hm? März? Okay. Ja, kann sein. Könnte sein. Stimmt. Könnte sein. Ja, ich erwäge mir noch den Flipring zu holen. Ich müsste noch ein bis zwei Bosse machen, um mal ein bisschen zu leveln. Vielleicht ja tatsächlich ein bisschen Resistenz bis 15 oder so. Da soll es einen ziemlichen Bruch geben. Obwohl ja alle sagen, es ist total nutzlos, aber ich weiß nicht. Ich habe es auch schon bei anderen Leuten anders gesehen. Auch bei Lobos zum Beispiel. Der habe ich neulich erst wieder einen seiner alten Challenge-Runs mir auf YouTube angeguckt. Nämlich sein Consumable Only. Was, glaube ich? Moment. Ach, Mist. Und da hat er auch gesagt, wenn er jetzt nicht so und so viel Resistenz hätte, hätte ihn der Schlag X getötet. Ach, Mann. Das sieht vielleicht auch deshalb schwer aus, weil ich Wurstfinger habe. Den Chlorantiering ganz einfach, wenn du unten in Schandstadt oder auch Blyth Town bist, da gibt es so, naja, da kann man ja sozusagen unten in diesem Gammel kann man ja so eine große Runde laufen, ne? So, die ich so gelaufen bin, während ich meine Seelen gefarmt habe. Nicht Seelen, sondern diese komischen grünen Scherben. Da gibt es dann irgendwann so eine Rampe, die nach oben führt. Oben findest du zweimal hintereinander eine Geheimwand. Also so eine scheinbare Wand, wo man durchkommt. Und wenn man dann noch ein bisschen weiter geht, kommt man genau wie Wolf schrieb, das nennt sich im Deutschen die große Leere, ich weiß jetzt auch gar nicht, wie es im Englischen heißt, in so einen Bereich rein, wo man so in so einen hohen Baum runterspringen kann. Und da ist der dann. Also ich muss wenigstens so zwei, drei von den grauen Brocken haben, damit ich wenigstens das Ding hier zum Blitz Zestus machen kann, dass der Plan nicht völlig in die Binsen geht, gut, ne? Great Hollow, okay. Ich weiß, aber ich hätte den Ringer immer perfekt verpasst. Ja, okay. Riecht bedauerlich. Vielleicht geht es ja. Wow! Meine Fresse. Die Dinger brauche ich nicht. Ich springe irgendwo. Eigentlich musst du nicht springen, du musst eigentlich nur runterlaufen. Na, ich glaube, ich habe mehr Schaden gemacht als er. Renn, Forest. Ja, ja. Wuh, 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 wuh. Na, du musst dich schon fallen lassen, aber du musst, äh, du musst nicht springen dabei. Ah, grauer Brocken, also. Sehr schön. Ich finde, der gehört eher zu den unwichtigen Ringen. Ich finde den ziemlich gut, ehrlich gesagt. Aber es gibt schon Ringe, die ich auf jeden Fall besser finde, ne? Also da gehört der Havels Ring zu oder der Fab Ring. Also hier, äh, wie heißt der? Ähm, Fortune and Protection oder so. Oh, die können sozusagen so gut wie gar nicht gestagert werden, diese Kröten. Favor and Protection. Ah, zweiteneinander. Sehr gut. Grauer Brocken, das ist gut. Damit kann ich zumindest den Zestus, glaube ich, schon mal auf Blitz plus eins oder sowas machen, ne? Und wenn ich jetzt hier sterben sollte, ist das zwar nicht schön, aber es gibt Schlimmeres. Wow, nächste. Nächste. Wenn ich schon mal hier bin, hätte ich ja auch ganz gern die Riesenglut, ne? Da hätte ich meinen Spaß dran. Ich sehe nix. Woha! Das Kröten-Dingen! Oh, der hat auch was. Geil. Schöne Runde. Schöne Runde. Wow. Ja, aber. Übler Schaden. Ich glaube, der Gammel, den er ausspuckt, ist eigentlich das Gefährliche für mich. Ja, der ist unangenehm. Zack. Aber hier unten ist die Chance wenigstens ganz gut, dass er einen mit seinem Speer nicht trifft. Und anscheinend mit seinem Modder auch nicht, was? Hm, okay. Okay. Ich gehe jetzt erstmal direkt zu dem hier und lasse den anderen aus. Dann habe ich nämlich wenigstens eine erhöhte Chance, ähm, die Riesenglut zu kriegen. Na komm, mach was Dummes. Das war nichts Dummes. Das war dumm für mich. so, Riesenglut. So, Riesenglut. Habe ich hier auch schon mal. Ich weiß nicht, wofür ich sie brauchen könnte. Womöglich werde ich diese Rüstung hier noch aufwerten oder so, aber haben ist besser als nicht haben. Und ich habe ein paar von denen Brocken gekriegt. Das ist schon mal sehr schön. Das heißt, ich werde jetzt gleich mal losziehen und den Zestus plus 10 zum Blitz Zestus machen. Damit ich dann schon mal ein bisschen Auswahl habe. Und da ich gerade 13.000 Seelen habe, werde ich mal gucken, ob ich mit einem Homeward-Bone zurückkehren kann anstelle des Seelenzeichens. So, ich habe doch hoffentlich noch einen. Ja, sogar mehrere. Sehr gut. Das Spiel Fatal Frame war übrigens sehr, sehr teuer. Das gibt es nicht bei Amazon direkt zu kaufen. Fatal Frame 5. Wie gesagt, ich habe den Eindruck, es wird künstlich knapp gehalten. Und Leute, die das dann schnell kaufen, haben dann den Vorteil, dass sie es an Leute wie mich verkaufen können für Unsummen. Hat etwa 90 Euro gekostet. Das finde ich eigentlich schon ziemlich happig. Aber es ist Fatal Frame. Und deshalb, die wollen es haben. Und das wird halt auch gestreamt werden. Wenn ich dann hier durch bin mit Fallout. Also zumindest mit dem ersten Hype und so, ne? Und nichts anderes ansteht. Ach, das Blitz, das macht er ja gar nicht. Das Blitz macht ja der Riesenschmied, ne? Scheiße. Ja, ich könnte natürlich daraus ein Plus-11 machen, aber meh. Shit. Shit, 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 shit. Das hilft mir jetzt gar nichts. Davon abgesehen, könnte ich noch blaue Brocken sammeln. Drei Stück. So viel besser wird's dadurch auch nicht. Oh, das ist Mai auf keinen Fall. Beinahe aus Versehen gemacht. Favor and Protect. So. Der zieht mich jetzt da ran, oder nicht? Ach ja, warum nicht? Passt sehr gut. Kondition. Zack. Ich wollte doch Resistenz machen, ich Schlauberger. Naja. Planung halt, ne? So. Das heißt, ich müsste eigentlich nach Sensfestung. Und zu dem Riesenschmied. Ich weiß gar nicht, ob ich die Tür zu dem Riesenschmied aufgemacht habe. Wie viel graue Brocken brauche ich denn? Das müsste ich jetzt wirklich... Oder weiß das jemand? Wie viel graue Brocken ich brauche, um einen Zestus plus 10 auf Zestus plus 14 zu kriegen? Ich glaube, die graue Scholle habe ich die. Ich mache einfach noch ein paar weiter. Ich schätze mal 1, 1, 2, 3, 4. 1, 1, 2, 3. Wahrscheinlich. 1, 1, 4, 7 würde ich schätzen. Neun. Neun. Danke. Schönen Dank. Neun Stück. Okay. Na gut. Alles Moe und Ornstein Vorbereitung, ne? Da muss ich natürlich jetzt kurz was holen. Einen Moment bitte. Ne? Ha. So. Alles Vorbereitung. Oh, jemand hat hier geläutet. Verstehe. Ich bin echt froh, dass die PS4 heute noch gekommen ist. Und das Paket ist kleiner, als ich dachte. Die ist wohl sogar halbwegs schlank. Anders als ich. So. Mal hier hinsetzen und dann auf geht's. Neun. Und kaufen kann man die, glaube ich, nicht. Oder wenn, dann vielleicht nur zu Horrorpreisen. Wenn ich das habe, das Blitz Zestus plus 5, 8. Na gut, dann 8 oder 9 halt, ne? Dann gehe ich in Richtung Ceaseless Discharge oder in Richtung Sif. Ich weiß noch nicht genau. Sif ist natürlich auch so ein Fall von man kann schnell tot sein, wenn man Pech hat. ich habe kein Schild. Aber Vorteil ist, es ist nur einer. Und vielleicht geht es ja, wenn man ein bisschen Vorsicht und Aufmerksamkeit an den Tag legt. es muss ja nicht unbedingt schnell gehen. Ja, danke. Es muss ja nur grundsätzlich funktionieren. Der Fallbaum ist schon fies. Ja, vor allem gibt es dort Fluchgefahr, ne? muss da aufpassen. Boah. Wie viel Schaden die machen diese Kröten, ey. Ich werde mal eine Menschlichkeit nehmen. Habe ich noch? Naja. 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 Alter. Meine Fresse. Seh nix. Na, Mann, oh Mann, oh Mann. Hm? Die Schlangen an den Bäumen? Welche Schlangen? Meinst du diese diese doppelköpfigen? Die die einen so mit so so ein Eiding ins Entferner droppen können? Die sieht man auch ohne Fernglas. oder was meinst du damit? Oder meinst du, man sieht die irgendwie deutlicher oder stechen die ja vor oder wie oder was? Ich glaube, ich bin zu gierig bei den Gegnern hier. Ich will immer gucken, dass ich hier die parieren kann. Was natürlich auch super wäre, wenn ich es gut könnte. Na, vielleicht sollte ich ein bisschen weniger wagemutig sein. Ich müsste es mir besser hinkriegen. Mini-Hüt was? Echt? Nice. Ich lasse das jetzt mal weg mit der Menschlichkeit. Also mit der extra aufgenommenen Menschlichkeit zumindest. Vielleicht schaffe ich ja ein paar Backstabs wenigstens. Wenn ich schon keine Parries schaffe. Ah, der hat was. Sehr gut. Vorher Brocken. Na, ich habe schon vier. Ich frage mich gerade, ob irgendwo welche einfach rumliegen. Hier in der Nähe. Dass ich nur aufnehmen brauche. Ah, diese nicht existierende Reichweite macht einen schon irgendwie fertig. Reichweite. Das ist eigentlich keine Reichweite. Das ist die Reichweite. Aber das Finde-Glück ist in Ordnung. Anders als neulich mit den grünen Scherben ist das bis jetzt in Ordnung. Da habe ich schon fünf. Dann baue ich da mal von neun aus. Da habe ich schon über die Hälfte. Nois. Das geht doch deutlich. Also Backstabs gehen doch um einiges besser. Und hätte ich den Dingensring an, den Hornissenring, würde es natürlich noch besser gehen. Aber das geht ja jetzt nicht, weil der Ring of Favor and Protection mich ja als Geisel genommen hat. Dann würde ich nämlich den Schlangenring für besseres Loot-Glück und den Favor and Protection anziehen. Aber man darf ja nicht. Wow. Dann kann ich ja vielleicht auch mitnehmen, was da liegt. Die Seelen, die man hier kriegt, sind eigentlich auch in Ordnung. Sind nicht so richtig viel, aber ist okay. Nein! Scheiße. Wenn er nicht angelockt hat, bin ich. Bin ich geliefert. Bevor ich mich dann den Vier Königen zuwende, muss das Leuchtfeuer hier oben natürlich nochmal auf 20 Festus bringen. Und ich hoffe, die PS4 lässt sich auch anständig streamen. Also, dass meine Capture-Hardware damit so ran bekommt. Und ich hoffe ja, dass ich sie über HDMI streamen kann. Ich weiß, dass die PS4 auch eingebaute Streaming-Funktionen hat. Aber ich möchte doch lieber meine gewohnte Umgebung dafür nutzen. Mit meiner OBS-Software und all dem. Die Riesenpilze, die sind echt übel. Oh, das stimmt. Ach, doll. Du, Spinner, du. Die sehen noch nichts aus, aber die haben echt einen Wahnsinn so Rums. Du kannst bei der PS4... Okay, wenn das geht, dann ist er gut. Dann sollte es ja eigentlich funktionieren. Muss ich bloß gucken, was ich da für Auflösung und Framerate einstellen muss, damit das funktioniert mit meiner etwas pingeligen Hardware. Und dann klappt das schon. Sehr gut. Und kavumms! Mist. Na komm, stell dich schon so hin, genau. Ach, komm. Ja, also. Mensch. Yay. Trommabrocken. War das nicht sogar so, dass Blitzgegenstände so gut wie keine Skalierung mehr haben? Also bei Feuer weiß ich es. Ich gehe die Skalierung vollkommen bei Flirten. Bei Blitz weiß ich es nicht so genau. Genau. HDCP ist irgendeine Norm, die da... Wenn HDCP aktiviert ist, dann bist du berechtigt wohl Blu-ray-Filme abzuspielen. So eine Art Kopierschutz ist das wohl. Und wenn dein System nicht HDCP unterstützt, kannst du kein Blu-ray-App spielen. Kannst aber ja, solche Sachen machen wie halt streamen damit, ne? Also sozusagen Hardware benutzen, die das nicht... die das nur funktioniert, wenn kein HDCP an ist. weil man kann nämlich zum Beispiel nicht Blu-ray-Filme einfach einfach so einfach so streamen und aufnehmen damit. Und das ist irgendwie... Ich weiß nicht. Blitz skaliert nicht. Gut, okay. Gut, gut, gut. Gut zu wissen. Blitz skaliert nicht. Nicht ist klar. Hätte ich eigentlich... Arschgesicht. Hätte ich eigentlich mich anschleichen müssen, was? Ach Mist. Viel zu früh gerollt. Ob man dann gebrannte Discs lesen kann, weiß ich nicht. Das kann ich dir nicht sagen. Aber es ist so eine Art Video. Also so ein seltsames... So ähnlich wie früher Videokopierschutz Makrovision für VHS-Kassetten ist das jetzt halt so... Wenn dein System irgendwie nicht die Voraussetzungen erfüllt, wahrscheinlich ist das auch so ein... Naja, irgendwie halt auch eine Norm, die erfüllt sein muss, damit du nicht in Verdacht gerätst, irgendwelche Dinge zu kopieren. Weil Hardware, die die Filme ordentlich abspielt, die darf dann wohl nicht in der Lage sein, solche Sachen zu kopieren. Das ist wohl der Clou. Habe ich zumindest so verstanden. Wie auch immer. Mit HDCP kannst du Blu-Ray gucken. Ohne HDCP kannst du dein Kram aufzeichnen, was du machst. ne? So. So. So, so, so. 17.000. Pass mal auf. Jetzt machen wir mal Folgendes. Das ist, glaube ich, eine ganz gute Idee. Hm. Hm. Wir kaufen jetzt Heimatknochen. Genügend. Dann muss ich mir nämlich nicht extra noch ein Wunder kaufen, um irgendwie Rückkehr durchzuführen. Und ich kann wenigstens die Seelen behalten, die ich sammle. bei den Dark Rays, so heißen sie, glaube ich. Ja, das passt. Jawohl. Zack. 34 Stück. Auf geht's. Gleich mal einen benutzen. Aus Faulheit. Das ist verständlich. Oh. Oh. dann besteht wenigstens auch eine Chance, dass ich meine Menschlichkeit behalte. Und ich muss mir, nachdem ich dann die acht oder neun Brocken zusammen habe, auch nochmal schnell einen Kaffee machen. Das dauert dann aber nur eine Minute oder so, oder zwei vielleicht. So, und dann ist die Frage, was kommt als nächstes? Entweder wage ich mich tatsächlich an Sif ran und muss den wahrscheinlich erst mal lernen, den Typen. Vielleicht gehe ich dafür in den Katzen-Eid so lange, damit ich da unbehelligt durch den Garten durchlaufen kann. Oder Seaseless Discharge. Oder. Ne, so viele Odas gibt es eigentlich gar nicht. Das war eigentlich schon fast die komplette Aufzählung, was ich noch so Cooles machen kann, bevor ich mich wieder an das Moe und Ornstein ranwage. Wumms. Mistkröte. Du bist echt eine Mistkröte. Zwölf in der Säge. Einer. Alleine schon von denen bezahlt mir mein Heimatknochen. Dahinten ist auch glaube ich noch ne Kiste. Hat die schon aufgemacht? Ich weiß es gar nicht. Mist. Wolle Kröte. Wumms. Grauer Gruppen. Nice. Das ist glaube ich ein grüner, oder? Nein, grauer. Sehr schön. Wie viel habe ich? Neun. Na. Wahnsinn. Pass auf, ich mache die Runde noch zu Ende und dann kann ich schon wieder aufbrechen. Das heißt, den Hut habe ich gar nicht so lange auf. Wagemutig. Dann muss ich aber zurück zum Schmied, zum Riesenschmied. Also zurück nach Anuolondo. Das kann ich natürlich versuchen. Wenn ich dann in Anuolondo bin, kann ich natürlich, Moment. Ah, nice. Kann ich natürlich versuchen, mit dem Zestus, mit dem Blitz Zestus, das Mode als erstes zu killen. Naja, oder Sif zuerst. Ich weiß nicht. Also, mal sehen. Ich überlege mir das erst. Ist Sif eigentlich Blitz oder so empfindlich? Also, besonders blitzempfindlich? Ich weiß es nicht. Es wäre natürlich, fällt mir jetzt gerade erst ein Kantenflimmern. Damit kann man gebrannte CDs lesen. Wäre natürlich fatal, wenn sie, wenn du auf der PS4 einfach so den Kopierschutz abschalten könntest. Den Kopierschutz, dass man gebrannte CDs lesen kann. Ich glaube, das ist damit nicht gemeint. Nice. Dann habe ich schon mal einen grauen Brocken, um irgendeinen Gegenstand auf Stufe 11 zum Beispiel zu bringen. Oder irgendwie was Blitzmäßiges oder was weiß ich. Schon bei der PS1 braucht man einen Chip. Ja, ich weiß es nicht. Ich glaube auch, dass es ein Problem geben wird. Zack. Auf geht's. Tartlatter. So. Überlegen. Ne, 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 ne. Genau. Ich würde das jetzt auch so lassen. Genau. 12.900 Seelen. 12.900 Seelen. Ich werde mal die Seelen behalten. Ich weiß nicht, wie teuer das ist, die Blitzgeschichten zu machen. Also ich gehe jetzt tatsächlich erst mal zum Riesenschmied. test, wenn der Weg jetzt ein bisschen länger ist. Aber ich will auf jeden Fall meinen Blitzzestes haben. Und dann werde ich auch gleich mal ausprobieren, wie gut sich das macht gegen Smough. Ob das wirklich so ein Unterschied ist. Oder eben nicht. Ach ja, bin ich mal gespannt. Ach, den Dingensring könnte ich mir auch noch holen. Den Wolfring, ne. Hm. Macht das Sinn? Macht das Sinn? Macht vielleicht später Sinn. Mal sehen. Also mein Blu-ray-Player ist meine PS3. Hallo, Fennor. Nein, sie liegen noch nicht. Ich versuche gerade, mich ein bisschen stärker zu machen und ein bisschen Vorbereitung zu treffen für den nächsten ernst gemeinten Kampf. Hey! Nee, 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 nee. Nichts verpasst, das ist wahr. Möp. So. Friss Schnecken. Ein Versuch, ein oder zwei Versuche habe ich vorhin gemacht, aber eigentlich eher nur, um mal so kurz wieder reinzukommen oder so, ne. Und ich habe auch nicht ernsthaft damit gerechnet, dass es klappt. Ich habe jetzt immerhin genügend graue Brocken gesammelt, um mein Zestus plus 10 zum Blitz-Zestus zu machen. Und, naja, schauen wir mal, ne. Ob das irgendwie weiterhilft. Tschüss. Und jetzt bin ich deshalb auf dem Weg zum Riesenschmied und das tatsächlich durchzuführen. Ich habe immer ein genügend, wie gesagt, genügend graue Brocken. Habe sogar eine graue Scholle. Die soll dann genau das tun hier, ne. Ach ja, ist schon eine ziemlich coole Architektur hier. Aber in diese ganzen Gebäude da hinten kann man halt nicht gehen, ne. Wäre ja cool, wenn das auch gehen würde. Obwohl, dann hätte ich auch wieder ziemlich viel Möglichkeit, mich zu verlaufen. Was ich ja eigentlich sehr häufig tue. Auch in Wirklichkeit. Deshalb bin ich auch sehr froh über Handys, die eingebaute Navigation oder wenigstens Google Maps haben. Habe ich hier nicht zwischendurch so ein Ding aufgenommen hier, so eine Seele? Ja, ne. Yay, zack. Ja, hier meint schon mal ein bisschen mehr Heilpotenzial, ne. Das ist ein bisschen nur noch lebend an dem dämlichen Riesen vorbei. Schauen wir mal, wie ich das hinkriege. La, la, la. La, la, la. Der Kampf, vor dem ich eigentlich am wenigsten Angst habe von den richtig großen Bosskämpfen ist gewinnen. Da weiß ich zwar, dass das unter Umständen viele Versuche dauert, aber das werde ich vermutlich schaffen. Das ist richtig. Ah, Neulondo ist wirklich schön. Also, ein bisschen ein paar Pflanzen hier und da wären auch nicht schlecht, aber von der Architektur her echt grandios. Ich habe auch eine Pflanze bei mir in der Wohnung. Sie lebt sogar noch. aber ich weiß nicht, wie lange. So, mal schauen. am besten ist, wäre es natürlich, wenn ich erst mal das Leuchtfeuer holen würde, ne? Beziehungsweise wäre das am besten? Ich weiß es gar nicht. Ich weiß es nicht. Shit, falsche Seite. Gewinn wird easy. Ich habe ihn ja genau. Das stimmt. Hast du recht. Aber ich muss natürlich relativ häufig treffen, ne? Weil ich ja nicht so viel Schaden mache. Blitzzestus. So, mal gucken. Also, aus 132 Schaden wird 118, aber dafür 118 Blitz dazu, ne? Wer könnte denn noch richtig gefährlich werden? Die vier Könige könnten noch frustig werden. Die könnten noch ziemlich viele Versuche kosten. Aber du hast recht, Kantenflimmern. Ich glaube, Smoe und Ornstein sind so noch der Knotenpunkt hier. Also, Blitzzestus, ne? Zack. Verstärken bitte. Enchantment. So. Blitzzestus. 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 Zack. Kann ich noch irgendwas verstärken hier? Schilde, mit denen ich leider nichts anfangen kann. Das hier müsste vielleicht bei Gelegenheit nochmal die Rüstung kann ich nochmal ein bisschen verstärken. Machst du auch das DLC? Nein. Ja, vielleicht ist das Problem dann gelöst. Vielleicht auch nicht. Wird sich zeigen. Also, ich habe hier 11.000 Seelen. Pass auf. Die möchte ich ungern weggeben. Da möchte ich wenigstens ein Level noch rausholen. Oder aus 11.000 und ein bisschen Klimperkram. Dann würde ich nochmal eine Stufe in Resistenz oder irgendwas packen. Und dann naja. Dann ein paar weitere Versuche. Pass mal auf. Blitzzestus. Also der wenn man hier mal guckt 112 plus 115 versus 165 plus 165. Das ist schon ein Unterschied will ich mal sagen. Wie wäre es wenn ich hier mal die hier so austausche. Mal gucken. Ich hoffe es sind nicht 44 Kings. Und auch nicht 5 oder 6. Mist. Bam. Oh oh. Wow. 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 Ah. Shit. Ha. Naja gut. Hm. Möp. Na egal. dieser Weg ist länger deutlich länger als der Weg vom anderen Leuchtfeuer. Das heißt ich möchte mir jetzt ganz gern erst noch das andere Leuchtfeuer holen. Steinrüstung oder vielleicht Habel mal sehen. Oder mit Ausweichen. Also zumindest 4 4 Kings. Bei den Nito werden wir mal sehen. Werden wir mal sehen. Es liegen da meine 11.000 Seelen rum. Davor der Run nicht over ist darf sie PS4 nicht auspacken. Das ist natürlich ein hartes Brot. Und wenn ich es nicht hinkriege wo mache ich dann? Ich habe es umsonst gekauft. La 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 la. So. Ich brauche bitte kleiner Motivationsschub. Ja. Ich verstehe. Danke schön. Bloodborne 3. Auf der PS5 wahrscheinlich. Pass mal auf. Mal gucken, ob ich an dem einfach vorbeirennen kann und an dem anderen auch. Oder? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Roll doch du Spinner. meine Goethe. Reichweite gegen keine Reichweite. Oh. Ich wollte eigentlich gerade abhauen. immer wieder das gleiche. Egal. Ich schaffe das schon. habe ich das eigentlich richtig verstanden oder war das nur ein Gerücht dass irgendwann demnächst mal die Möglichkeit geben soll Playstation 3 Spiele auf der Playstation 4 zu spielen. Also irgendwie so ein Kompatibilitäts Patch oder so oder habe ich das einfach nur völlig falsch verstanden? Oder als war das ein Troll oder wie oder was? Ich weiß es nämlich nicht. Gerücht, okay. Okay, ein Gerücht. Tja, dann also schön wäre es ja schon aber irgendwie habe ich das Gefühl Xbox One okay die habe ich ja nicht okay momentan nicht geplant na gut warum auch verkaufen sie weniger Konsolen oder mehr mein Chef hat was komisches gesagt das fand ich ja völlig absurd habe ich ihm gesagt dass ich jetzt mir dass ich in den nächsten Tagen die Lieferung meiner PS4 erwarte hat er mich komisch angeguckt und gesagt Herr Grüne da müssen sich aber über eins klar sein dann sind ihre ganzen Playstation 3 Spiele hinfällig wieso das denn ja die laufen nicht auf PS4 und mir auch egal weil warum sollte ich die weggeben ich gebe die ja nicht weg ne achso okay das ging naja allerersten PS2 ja mit einem der ersten PS3 oder da sollte das eigentlich auch gehen also mein Chef war wohl der Meinung wenn ich eine PS4 hätte würde ich meine PS3 nicht mehr haben was für ein absurder Gedanke mal gucken wie es hier läuft also wie viel Schaden das macht schon okay naja meine fett PS3 konnte noch alle PS2 spiele abspielen cool nicht schön sowas so mal sehen also Ziel ist es jetzt erstmal zu gucken wie viel Schaden das wirklich an dem Henker macht in dem Fall ist es ja wirklich einer und ob sich das dann lohnt ich müsste ja eigentlich ich muss es ja anders handhaben hier ich müsste ja eigentlich meinen anderen Zestus auch in der rechten Hand haben so naja ist okay will man sagen aber so richtig wahnsinnig ist der Schaden auch nicht es dauert Jahrhunderte bis man wieder steht ey ey dieser Witzschaden ist schon echt mies ich muss das eigentlich mal vergleichen aber wenn ich Gelegenheit habe Moment ich muss die beide im Blick haben so mehr oder minder zumindest wow alter Schwede sneaky anti sneaky aber scheiße umschalten aufschalten aufschalten ich kann nicht reden klar ne Typen um, ey. Wie ätzend. Spätzte mit Bolognese auf dem Teller. Yay. Meine Pizza ist im Ofen und meine Kekse liegen vor mir. Mein Blut liegt wahrscheinlich bald auf dem Boden, wenn ich Pech habe. Mist. Es war eher geahnt, dass der einen Angriff macht, als gesehen. Ach, scheiße, ey. Ich habe ihn gesehen. Hm, 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 hm. Hm, 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 hm. Oh, schade. Dass deine PS4 tot ist. Hm. Muss mal probieren, was mehr Schaden macht bei Smough. Und Ornstein. Bei Ornstein vermute ich mal, dass ich durch Blitzangriffe keinen Blumentopf gewinnen kann. Was würde ich auch mit dem Blumentopf dann anfangen. Hm, hm, hm. Hm, hm, hm. Hm, 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 hm. La, la, la. Na, den Weg kennen wir doch hier, ne? Den Ablauf. Also, 135 versus 105. Na gut, okay, es ist schon mehr. Stimmt schon. Schatzig. Schatzig. Schaden. Mit Blitz. Seh nix. So ist es 65. Na ja. Das war jetzt nicht so schlau. Aber okay. Gut, also, ich versuche Smough. Ich hab noch nichts raus. Wie ich sie zu bestimmten Aktionen triggern kann. Hm, hm, hm. Ja, danke. Arschgesicht. Ah, scheiß Schaufelangriff. Schaufelangriff. I hate your Schaufelangriff. Okay. Ach, wie schade Wow, du Mistkröter Alter, Schwede, lass mich durch Nee, 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 nee Nee, 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 nee Wie unglaublich viel Geduld man hier haben muss Wenn man nicht irgendwie Schild und vielleicht noch ein NPC oder so dabei hat Ich sehe nix No Fucking Drecks Schaufelangift Bist ein Gärtner oder was Ach ja Egal Das war jetzt erst Der dritte oder vierte Versuch Ich stelle mich hier auf ziemlich viele Versuche wieder ein Ich versuche es aber Nicht mehr ganz so lange hinzuziehen Letztes Mal Hm Die Konsole existiert nicht mehr Ja, ich weiß auch nicht, wie sowas gehen soll Hm 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 Ich bin auch gerollt, du olle Schluchtsdrolle Oh, ich kam nicht weg Weil ich an der Kante festkriege Hm 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 Es wäre mir aber echt recht Wenn das jetzt nicht so dramatisch lange dauern würde Na Hm 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 Auch Mann Immer wenn ich mich sehe Ich sehe nix Jetzt habe ich den falschen Gegner anvisiert Blöder Eckensauser Lass mich in Ruhe deinen Kumpel dezimieren, du Arschgesicht! Ich kann gleich gucken, was er geschrieben hat Ah, der hat mich trotzdem noch getroffen Du und deine Gärtnerangriffe Rabiat, rabiat! Rabiat! Grimm hat inzwischen doppelt so gesuche ich mit Sif! Nice Oder auch nicht nice Je nachdem wie man zieht Meine Güte Was ist das? Was ist das? Was ist das? Wie schade! Aber von den großen Ornstein kenne ich die Bewegungen noch nicht so gut Was ist das? Oh! Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ach, Mann! Dröge Kröte, ey. So, es liegt noch ein Keks vor mir. Den kann ich erst essen, wenn ich es geschafft habe. Ich muss mich bloß daran erinnern. So, es liegt noch ein Keks vor mir. So, es liegt noch ein Keks vor mir. Oh Mann, war das ein langer Anlauf bei ihm, ey. Unglaublich. Sterb, sterb, sterb. War der Falsche. Genau, so sieht es mich aus. Ja, staggern und dann gleich nochmal. Viele Sache. Ah, ja. Habe ich eigentlich noch Seelen, die ich verbraten kann? Also so viel, dass ich ein Level brauche. Ein Level kommt da nicht mehr raus. Oh, ja, meine. Oh, ja, meine. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Nächster Versuch. Ich habe einen unerschöpflichen... Vorrat an Estus. Mein Lieferant liefert auch nachts. Och Mann, ich habe noch keinen einzigen Schadenspunkt gemacht. Ich frage mich, ob die Goldrandrüstung deutlich mehr Rüstung hat, als das aufgewertete Teil hier. Da müsste ich mal nachgucken. Dann würde es sich unter Umständen lohnen, das Ding zu holen. Ich frage mich. Ich frage mich. Ich frage mich. Das war in Ordnung. Mal sehen. Wenn man mit dem Zestus den R2-Angriff macht und man macht zwei hintereinander, ist der zweite deutlich stärker. Aber man muss natürlich auch die Gelegenheit haben. Och. Wow. Reingerollt. Was? Reingerollt. Reingerollt. Unglaublich sowas. Ich muss erst mal mich kurz heilen und so weiter. Und so weiter. Und so weiter. Ah, scheiße. Ich sehe nix. Oh. Ah, waren Irrtum-Kantenflimmern. Der Schaden, den ich hier mache, ist wirklich jämmerlich. Immerhin habe ich heute schon zweimal einen von beiden weggekriegt. Hallo, Stiles Break. Schönen guten Abend. Willkommen. Gute Idee. Gute Idee. Geht jetzt aber gerade nicht. Ich sehe nix. Geht jetzt. Nicht akzeptabel. Nicht akzeptabel. Geht jetzt. 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 dämliche Säule rum. Ist voll gefressen. Ah, wie unangenehm. Schade, dass ich nicht gegenseitig Schaden mache. Ich sage es immer wieder, dann wäre es kaum ein Problem. Schätze, ich muss noch ein bisschen umheilen, was? Und wieder. Oh, oh. Ah. Naja, auf jeden Fall besser als Hunger, ne? Das ist schon mal ganz klar. Also, zumindest besser als echter Hunger, ne? Warum hat der mich denn getroffen? Oh, meine Fresse! Entschuldigung. Vielleicht soll ich doch den Kleinen zuerst machen. Ich weiß es nicht. Das nimmt doch echt Formen an hier. Und dann den Großen. Dann hätte ich auch wenigstens etwas, wogegen der Große hoffentlich ein bisschen empfindlich ist. Mann. Einen von beiden kriege ich jetzt häufiger schon platt. Immerhin. Ja. Was ist das? Oh, beweg dich, man, roll doch! I don't like to be gestaggert, gestaggert, I don't like to be. Komm schon. Okay. 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 Da ist er, bewusst. Zenex! Zenex! Ah, was macht ihr denn? Lass mich durch! Meine Fresse! Die sind aber echt zickig hier. Können die nicht nach 10 Milliarden versuchen einfach mal sterben? Oh, 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 oh! Oh, oh, oh! Xenex, Mann! Mann, was die aushalten, ey! Polter, Polter, Polter! Boah, jeder Treffer echt teuer erkauft! Bei Smough nicht so sehr, ne? Also gegen Smough ist es schon ein bisschen leichter. Smough ist wieder dran. Nein! Eigentlich müsste ich den Hut doch aufsetzen. Ich farme hier nämlich Niederlagen. Mit 100% Droprate! Insofern brauche ich den Hut wahrscheinlich doch nicht. Was? Ja! Oh mein Gott! Ach, rollen ging nicht, ey. Wie unangenehm. Wenn ich nur halb so viel Willen hätte, ja. Leider bringt mir das Geld nicht so viel. Meine Fresse. Das kostet richtig viele Heiltränke. Scheiße. Moan. Hinter der Däule. Bein Ernst. Nach zehn weiteren Versuchen werde ich mir einen Kaffee machen. Schade bloß, dass dieser Wille, wie gesagt, im wahren Leben mir nicht zur Verfügung steht. Sonst wäre ich total sportlich. Hätte an jeder Hand zehn Frauen wahrscheinlich. Metaphorisch gesprochen, selbstverständlich. Und so weiter, ne. Und reich und was weiß ich. La, 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 la. Ja. Ja, stimmt. Hast du ja recht. Hast du ja völlig recht. Aber jetzt, jetzt, äh... So lange es steckert, man glaubt es kaum. Und jetzt, äh... Was? Wie war's denn mit ihm getroffen? Das ist ja gar nicht. Ah, Doppelausweichen. Schön. Steh schon auf, Mann. Ja, Doppelausweichen. Wow. Wow. Der lebt ja noch. Der lebt ja noch. Scheiße. Ich dachte, er sei tot. Und ich könnte in Ruhe Estos trinken. Oh, Mann. Scheiße. Ich dachte, ich hätte eine. Also noch acht Versuche, glaube ich. Acht oder sieben. Oder bis 20 nach. Und dann muss ich mir Kaffee holen. Es hilft alles nichts. Oder Kaffee machen erst mal. Nein, ich nehme mich nicht. Gettet Sie. Doppelt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Oh, ich weiß nicht, ich weiß echt nicht, was ich gegen die Schaufelangriffe machen soll Also effektives zumindest, ne? Pfeifer, Kerl Außer weit weg sein vielleicht Beweg dich, du langsame Sauftroller, ey Okay Wow Ich glaube, das war auch so ein bisschen nachziehend Okay 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 Neh, 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 neeeh! Diesmal habe ich wirklich einen erwischt. Ist das übel, ey! Neh, neh! Neh, neh! Neh, neh, neh! Neh, neh, neh! Ah, zur Sicherheit, ne? Und bloß nicht weit weg stehen. Also, und vor allem halb weit weg. So halbe Entfernung ist, glaube ich, das übelste, was geht. Nächster Versuch. Aber ich komme schon weiter als die ganzen letzten Male. Ja, schade. Stimmt, stimmt, stimmt. Aber ich habe den großen noch nicht drauf, den großen Ornstein, was seine Bewegungen angeht. Der ist wirklich, also der ist echt ganz schön übel. Als ich den mit dem Bogen gemacht habe, hatte ich das große Glück, dass er mehr oder minder in einer Bewegungsart festhing. Er war weit weg. Ich habe mit einem Pfeil auf ihn gefeuert und er hat seinen Blitz gefeuert. Aber ich stand hinter einer Säule so, dass der Blitz an der Säule abprallte oder festhing. Und, ähm, naja, und er, ähm, halt nicht. Hm, ja genau. Hm. Wow! Ja, ich habe ihn nicht gesehen. Wow! DIN 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 Ich habe übrigens nicht darum gebeten, dass mal der Fokus das Anvisieren auf den anderen umspringt. Okay. Ich werde zur Seite dingsen müssen. Dingsen ist klar, ne? Okay. Ich... No. Okay. 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 Nein! Was? Wow! Oh! 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 Das war's für heute. Ich sollte nicht so viel hauen. Damit ich noch Ausdauer übrig habe für Ausweichen. Der hält echt was aus. Oh je, Miné. Ach. So deprimierend. Man guckt auf die Uhr und weiß, bald schlafen, danach geht's wieder los zu arbeiten. Vor allem, da die Arbeit aktuell so absolut unbefriedigend ist. Aber es ist ja bald Urlaub, immerhin. Hoffe ich zumindest. Wie gesagt, ich weiß es immer noch nicht. Mein Chef lässt den nicht aus. Ich komme eindeutig näher, stimmt schon, stimmt schon. Auf jeden Fall habe ich heute schon viel häufiger gegen einen gekämpft, als die ganze Zeit davor. Ich mache Fortschritte. Beweck dich, tut Rola. Ja, an der Wand genagelt. Geil. Was? 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 Geil. Geil. Mach z. Geil. 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 Es lässt sich auch Dankeschön! Vielen Dank! Für's Hosten. Obwohl ich hier die ganze Zeit nur am rumfailen bin. Oh! 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 und dann abgelaufen ist. Ich kann natürlich eine Sache mal versuchen. Ob womöglich der Feuerzestus dann hinterher bei dem anderen besser ist. Wir werden mal sehen. Wir werden mal sehen. Fängt super an. Was? Ach, weil er mich in seinem Dreckshammer erwischt hat, ne? Was? 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 Wir werden mal versuchen. Wenn einfach irgendwo die Falle aufstellen kann? Wo die drin hängen bleiben. Wie bei MMO's. So eine Eisfalle oder sowas. Oh oh, tot Nein, noch nicht tot, aber Viel Leben verloren Stimmt, Medias Oh, diesmal läuft das aber richtig schlecht Richtig viel Heiltränke schon verbraten Und bis jetzt noch keinen nennenswerten Schaden gemacht Hallo Sunfin Jetzt reicht's aber, jetzt kriegt ich wenigstens mal einen Schlag ab Ein Versuch noch, dann müssen wir erstmal einen Kaffee machen Nee, 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 nee Okay Läuft das? Wie lange läuft das? Ja, keine Ahnung Stunde Oder so Aufstehen, Mann! Aufstehen! So, ich wollte ja einen Kaffee machen. Ich bin gleich wieder da. So, ich wollte ja einen Kaffee machen. Ich bin gleich wieder da. So, ich wollte ja einen Kaffee machen. Ich bin gleich wieder da. So, ich wollte ja einen Kaffee machen. Ich bin gleich wieder da. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Da bin ich wieder. Weiter geht's im Fail-Fest. La, 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 la. Ich habe nur Kaffee gemacht. Also angestoßen, den muss ich dann in einigen Minuten holen. Danke für den super Einstieg, du Spinner. Danke, 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 danke. Ob ich diesen Run nun schaffe oder nicht, eins ist klar Ich will Smough und Ornstein nie wieder mit so einer Waffe machen, die so wenig Reichweite hat Und wo ich nicht blocken kann Also eins von beiden muss wenigstens seine Reichweite und guter Schaden oder wenigstens blocken Was? Was? Teil 2 Das Verhältnis aus Heiltränken, die ich verbraucht habe und Schaden, den ich gemacht habe, ist ungünstig Ich stelle mich auch gerade nicht so beschickt an Ich versuche es mal wieder mit dem anderen zuerst Göttlich macht so keinen Sinn, würde ich mal sagen Die Sachen machen auch keinen Sinn Habe ich irgendwas, was Sinn macht? Nee, ne? Nah Nah Das mache ich doch nicht. Ich gehe doch wieder aufs Mow. Weil, wie gesagt, die Taktik oder das Aberwitzige ist ja eigentlich hauptsächlich, dass wir zu zweit sind. Obwohl ich das so langsam in der Gedanke aufweicht, weil der große Ornstein ist auch echt nicht von Pappe. Möp. Wow. Wow. Komm Mist Mist Das war so eine gute Gelegenheit Hör auf zu schaufeln Ich bin Das war's. Und seine Schaufelangriffe, ey. Er und seine Sperreangriffe. Er und seine Schaufelangriffe. 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 So. Natürlich schade, weil der Smough viel leichter Platz zu machen ist. Gia. 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 Lebenspunkte wieder auffüllt. Und zwar etwas, was nicht ein Wunder ist oder etwas, was kein Festus ist. Also kein extra Zauber, kein irgendwie was. Oh shit, ich sehe nix. Ach man, ich bin doch gerollt. Kann nicht wahr sein. 99 Menschlichkeiten, was, was, was? Was? Ich verstehe ihn nicht. Meine Güte. Teure Treffer, teure Treffer. Okay. Okay. Heine Huft. Ich habe ihn nicht auf dem Kschluss damit. Sehr gut. Ich habe ihn nicht auf dem Kschluss damit. Ich habe ihn nicht auf dem Kschluss. In, wenn ich mich auf den Kschluss esse k theiren Wacken mache. Ich mache ihn nicht auf dem Kschluss. Der Kschluss. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Habe ich eigentlich schon mal gesagt, dass ich es nicht mag, wenn man gegen zwei Gegner kämpft? Ich glaube nicht, ne? 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 Das ist echt unglaublich, wie sie sich auf der Pelle hängen... Mist. Bewege dich, Mann! Ich glaube nicht, ne? Ich glaube nicht, ne? Ich glaube nicht, ne? ich gelde die Okay. Pfuh... Puh... Zu Sicherheit! Hmmmm... Genau, steh doch auf, du Olle Tolla, ey. Oh. Ah, Mann, Mann, Mann. So ganz langsam und allmählich komme ich näher. Ich muss ja auch gewinnen. Ah, ich will ja auch meinen Siegeskeks noch essen. So ganz langsam und allmählich komme ich. Ich bin hier, ich bin hier. Das war's für heute. Ich stelle mich echt zu blöd an hier. Zestus ist keine gute Waffe. Schade, dass der Feuerschaden nicht so besonders hoch ist. Von Feuerzestus meine ich. Ich bin nicht mehr. 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 Oh! Oh! Nooo! Oh! I can't believe that he's in. I can't believe that he's in. You can't believe that he doesn't even know what he's doing. You can't believe that. I don't want any money. Oh, oh. Wie das erst im NG++++++++ sein muss. Und auf Soul Level 1. Ja, ich hatte den Ornstein schon mal down. Und hatte dann einen Kampf gegen Smough. Ich habe ihn nicht besiegt. Aber, wer weiß. Oh. Drücken wir mal wieder an. Ich kenne das Timing von diesem Drecksangriff nicht. Oh. 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 Mist. Ich müsste eigentlich der Smough vor Schmerz aufschreien, weil er einen Blitzenrücken gekriegt hat. Mal gucken, ob der blitzempfindlich ist. Nee. So weit war ich aber schon mal. So weit war ich. 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 Komm bitte da weg, wo die ganzen Säulen sind. Da kann ich nicht rollen. Ja, besser. 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 Danke, danke, danke. Ja. 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 Das sind mehr als sechs Stunden. Endlich porten, ja ehrlich, ey. Alter. Ich würde mal sagen, da mache ich ein Highlight draus, was? Drei Stunden fünfundzwanzig. Jetzt die Four Kings, naja, jetzt muss ich erst mal Sif kommen, ne? Wie brauche ich denn? 14.000. Henker Smough, deine Seele. Mit ein paar Fava-Bohnen dazu, einen köstlichen Chianti. Ja, also, was kommt denn jetzt dran? Also, ich würde mal sagen, ich gehe mal erst mal in Richtung zur Entspannung, also hoffentlich zur Entspannung, sage ich mal, in Richtung irgendwas, weiß ich nicht. Oh, lustig. Ist er nicht wirklich ein Gegner? Ja, klar ist er ein Gegner. Er greift mich an, wenn ich da stehe. Ist sehr lustig. Der Grim-Bot hat erkannt, dass .de ein Link ist, aber timeoutig, finde ich, wie es aussieht. Okay. Naja, du hast, naja, Sif ist wirklich ein Gegner. .de, irgendwas .de ist eigentlich normal, so sind Links, normale Weblinks. Verstehst du? Also, .com, .de, .tv und so weiter. Und du hast .de, rr, arme, wauzi, geschrieben. Deshalb. Joa. Ja. Äh. Teleporten. Nam nam nam. Hm? 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 Ach so. Vom Schwierigkeitsgrad ist es kein Gegner. Na, das sehe ich aber anders. Also, wenn du kein Schild hast und nur wenig Schaden machst und nur ganz, ganz kleine Reichweite hast. Na ja, werden wir sehen. Außerdem werden wir gleich sehen, ob eventuell... Ja, genau. Ob eventuell die Goldrandrobe, diese schwarze da irgendwie besser ist für mich. Mal gucken, ob ich den Cheese hinkriege. Wenn nicht, dann schauen wir halt. Dankeschön. 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 Na, Kumpel. Ich nehme jetzt das Zeug hier weg. Was sagst du dazu? Mhm. 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 Hat eine Glashand. Jaja, man muss allerdings schon... Ah, danke, Landra. Herzlich, herzlich, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Und das war ja auch... Oh mein Gott. Ich zittere immer noch ein bisschen. Das war der gefühlte... Also... Es waren doch mindestens 50 bis 100 Versuche, die ich da gebraucht habe. Bei diesen blöden Drecksgestalten da. Aber ich respawne und sie nicht. Also, wenn sie einmal tot sind, beide, meine ich, ne? Und jetzt fressen sie Schnecken. Faulige Schnecken. Naja... Also... Ich sag mal... Hätte ich die auch heute am Ende des Streams nicht hingekriegt, dann... Hätte ich auch erwogen, das aufzugeben. Aber... Das hat ja nun geklappt, ne? Zeitraffer-Video. Könnte man machen eigentlich, ne? Könnte man eigentlich machen. Also, selbstverständlich gibt es eine Amp-Zeichnung von den ganzen Stunden. Ich nehme... alles, was ich bei Twitch, äh... streame, nehme ich auch gleichzeitig auf. Hier. Auf meinen... Server. Damit ich es dann später auch zu YouTube hochladen kann, ohne davon abhängig zu sein, dass das mit Twitch funktioniert. Okay... Komische. Als nächstes ohne Rüstung und blindfolded, ne? Und überhaupt keinen. Und so weiter. Meine Güte. Wie viele Lebenspunkte hat er denn? Noch viele. Und ohne Bildschirm. Und... äh... Und ohne alles, ja. Und ohne alles, ja. Easy. So. Also, zehn Heiltränke möchte ich schon mitnehmen, ehrlich gesagt. Äh, ja. Kochi, du hast es verpasst. Leider hast du es verpasst. Aber es kommt als Highlight. Puh. Ich bin auch, wie gesagt, immer noch ein bisschen aufgedreht. So. Ach so. Mit 28.000 Seelen müsste ich doch ein oder zweimal aufsteigen können. Ich werde mal Resistenz auf 15 bringen. Glauben zwar viele Leute, dass das nutzlos ist. Aber ich glaube es eigentlich nicht. Nicht, seitdem ich es mal woanders gesehen habe. Aber Grimme wollte es. Ja. Was soll ich machen? Ich kann ja nicht bis in alle Ewigkeiten warten, ne? Danke schön, Kochi. Es war auch echt... Aufregend. So. Ja. Vitalität, ne? Da ja das Ding dann hier überhaupt nicht skaliert mit irgendwas... Brauche ich ja auch eigentlich nicht Stärke oder Geschicklichkeit oder sowas hinzuzufügen, ne? Mal gucken, wie viel Schaden die bei den Hyopais... Ich habe das Ding noch gar nicht... Oh, Mann. Na ja, gut. Na ja, gut. Ich super Schlauberger habe das Gefäß noch gar nicht abgegeben, ne? Na ja, Mist. Dann mache ich das doch mal, was? Außerdem kriege ich hier 20. Wollte ich gerade sagen, stimmt gar nicht. Das ist noch aus dem letzten Spiel. So, teleportieren. Ich glaube, wenn ich das DLC machen wollte, würde ich wirklich daran verzweifeln. Also... Kalamed oder Manus. Nur mit dem... Nur mit dem Zestus. Ich glaube, dann... Dann drehe ich durch. Das geht nicht. Artoria oder Artorias. Ich mache ja... DLCs üblicherweise sowieso nicht, ne? Jetzt träume ich wahrscheinlich auch diese Nacht von Smo und Ornstein. Ich habe zwar letztes Mal nicht von geträumt von denen, aber... Als ich im Bett lag und kurz vorm Einschlafen war, musste ich noch an sie denken. Und... Okay. Rennen, 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 rennen. Rennen, 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 rennen. Ach no, Möp. Naja, Ritterkirk bringt wahrscheinlich ein Level, falls ich es nicht schaffe. Oh, hat der eine Poise, ist so unheimlich. Na, 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 na. So. Jetzt ist er offen, sehr schön. Mal sehen, wo sie mehr Schaden von kriegen. Magie. Oder Blitz. Magie kriegen sie, oder? Oder? Murr. Bei dem Dingens muss ich es natürlich auch ausprobieren, bei dem Feuer-Dämon, ne? Na, komm schon. Na, komm schon. Na, komm schon. So, an dem renne ich vorbei. Und dann geht's schon. Also, ich versuche es zumindest. Zum nächsten Boss, ne? Boss. Boah, das fängt ja super an. Das fängt ja richtig geil an. 82 bei Magie. Hm? 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 92 bei Blitz. Das fängt ja super an. Oh, Alter. Ster. Was ich? Oh, Alter. Oh, Alter. Das fängt ja. Oh, Alter. Was ich? Oh, Alter. Schade, dass man nicht in beide Hände nehmen kann. LINGERING HICKBOXES, so heißt es glaube ich, wenn man hingeht, obwohl der eigentlich schon auf dem Boden liegt. Hau ihn auf den Feuer, Pipsarsch. Sowas in der Art Versuri, bloß der steht an der WAND! WAND! Ei, scheiße. Na toll. Mist. Aufstehen. Los. Oh, oh. Scheiße. Toll. Scheiße, wenn man seinen löden Bauch festklebt. Scheiße, wenn man seinen löden Bauch hat. Scheiße, wenn man seinen löden Bauch hat. Danke schön. Knapp 18.000. Und nochmal danke. Jetzt ist alles nur noch Pipifax. Naja, also auf jeden Fall vieles schon. Dankeschön, BKB und Sunfin, Medias, Gantenflimmern, Lendra. Vielen Dank. Der ist natürlich auch nicht mehr so ganz ohne hier. Habe ich da irgendwas, was mir hilft? Ja, also im Vergleich war das jetzt ein Spaziergang. Völlig richtig. Moment. Moment. Ich bin menschlich. Ich habe eine Menschlichkeit extra. Dann kann ich mir doch mal zehn Heiltränke hier gönnen. Stimmt ja gar nicht. Ich wollte ja hier... So. So, schauen wir mal, ob das klappt. Na, das war natürlich jetzt richtig geil. Das habe ich schon gut gemacht. Erstens schräg gestrungen und zweitens nicht vorher geheilt. Aber ich habe es ja nicht weit bis zum Boss. Ich finde es nämlich echt lästig, wenn der Tausendfüßler-Dämon erstmal minutenlang, oder gefühlte minutenlang, nur seinen komischen Arm nach vorne schießt. Und man ist nur die ganze Zeit am Ausweichen. Obwohl, andererseits. Vielleicht kann man Ausweichen draufhauen. Mal sehen. Ja, so schnell ist man nicht, ne? Da treffe ich nicht. Steh schon, auf Mann. Macht Blitz mehr Schaden oder Magie? Magie. Den finde ich schon ätzend. Wee, 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 wee. Dabei ist dieser verzauberte Zestus noch nicht mal auf Maximum. Der ist auf plus drei. Ländler-Frage beantwortet? Was? Ach so, Edländler-Frage beantwortet. Ach, scheiße. Nicht gerade auf den Chat geachtet, wie sinnvoll das beim Kampf ist. Nicht gerade auf derails. Ich würde dich, sage es zu mir aus. Diesen Kampf finde ich sehr verwirrend und völlig unvorhersehbar, ehrlich gesagt. Ich bin ein Wachstum, aber ich bin ein Wachstum. Ich mag diesen Kampf überhaupt nicht Ich habe so das Gefühl Da kann man sich schlecht drauf einstellen Muss man einfach stumpfes Glück haben Habe ich das Gefühl Ich habe das Gefühl Wow 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 Nein, 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 nein... ok 40.000, dankeschön. 40.000 Seelen. So, von wo bin ich gekommen? Von da? Ich kann mich hier immer so schlecht orientieren. Da muss ich lang. Jetzt geht es hier. Ja, nach dieser Knoten, der Smoe und Ornstein Knoten, ist gelöst. Jetzt geht es erst mal voran. Nein, die DLCs kommen nicht. Es tut mir leid, Sun, finde ich. Weiß nicht. Das ist jetzt falsch. Das ist falsch hier. Ich muss das ändern. Da ist was krumm. Ich werde den... Da habe ich irgendwas falsch drin. Tut mir leid. Das ändere ich. Da ist was krumm. Ich muss den Bot... Er war mal gemoddet. Komisch, dass er nicht mehr gemoddet ist, ehrlich gesagt. Na gut, dann lasse ich das jetzt erst mal so. Dann ist der gute Sun-Fin nicht fälschlicherweise und ungerechtfertigterweise getimeoutet. Dann sehe ich das jetzt gerade als Test an. Punkt M.E. Naja, okay. Also, ähm... Ich glaube, der Grimm-Bot, der... Also, es soll ja so sein, dass keine Links hier gepostet werden ohne... Ohne Erlaubnis, ne? Und, ähm... Ähm... Links kann man ja an so einem gewissen Muster erkennen. Also, fängt an mit HTTP oder HTTPS. Endet auf .de oder .com oder .irgendwas. Ne? Und fälschlicherweise... Glaubt der jetzt, dass dieses, was Sun-Fin geschrieben hat, dieses .me... Ne? Also, dass das... Also, dieses bei .menu, dieses .me da... Dass das Teil eines Links sei. Ne? Nimm doch Night-Bot. Nein. Nein. Ich wollte einen eigenen. Ich will einen eigenen. So einfach ist das. Weil der soll auch einfach... Ich möchte einfach die Freiheit haben, auch andere Dinge mit einzubauen, ne? Und ich möchte nicht abhängig sein von einem... Fremdanbieter. Ich glaube, der hat einfach nur... Ja, das glaube ich auch. Da gehört ja normalerweise... Ich weiß nicht. Also, wenn man direkt hinter einem Punkt weiterschreibt, ist das ja eigentlich auch eigentümlich, ne? Na toll! Na ja, dann ist das jetzt einfach ein Testlauf, ne? Dann ist halt zum Glück gerade kein Mod. Aber der war schon mal ein Mod, wie gesagt. Keine Ahnung. Wie kann man denn seinen eigenen Mod machen? Relativ einfach. Also, die Möglichkeit, die ich nutze, ist... Ich habe das Programm MIRC, oder M-I-A-C, je nachdem, wie man es nennt. Dass mit diesem Programm, was hier auf meinem Rechner läuft, bin ich gleichzeitig mit dem Account TheGrimBot im Chat eingeloggt, ne? Und in dem Programm kann man... Gibt es so eine Skript-Sprache. Also, so... Da kann man einstellen, wie der Bot auf bestimmte Sachen reagieren soll. Wenn bestimmte Sachen geschrieben werden, gibt es eine automatische Antwort, ne? Und da kann man so Sachen machen wie, was weiß ich... Wenn da steht Doppelpunkt... Ne, nicht Doppelpunkt, sondern Ausrufungszeichen Commands, dann schreibt er halt die Commands, die zur Verfügung stehen. Oder wenn man schreibt Ausrufungszeichen, ähm... Keine Ahnung... Golden Girls, ne? Ähm... Dann schreibt er halt die Namen der Golden Girls runter, ne? Gegen, die ich auch noch kämpfen muss. Ähm... Und solche Sachen, ne? Sowas, siehst du? Also, der Grim-Bot... Das Programm hat jetzt einfach gesehen, oh, da ist das Schlüsselwort Doppelpunkt, äh... Ausrufungszeichen Commands, und wird einfach... Da gibt dann einfach die programmierte Antwort zurück. Und dann kann man so Sachen machen, wie, äh... Dass man dort mit einbaut, in das, äh... Die, in das, in die Antwort auch irgendwie den, den Namen des, desjenigen, der das, äh... Geschrieben hat, das Kommando, oder was, worauf er halt reagiert. Deshalb kann man... Auch eine automatische Link-Sperre machen und sowas, ne? Gute Nacht an alle. Muss ja nun ein Spawn feiern. Ah, okay. Und großen Respekt. Ey! Smoh und Ornstein. Dankeschön, Dankeschön. Und vielen Dank für den Besuch. Ne? Hi, RAF-XO. Herzlich Willkommen. In Englisch, naja. Also der... Ja, kannst ja mal Doppel- oder Ausrufungszeichen Englisch eingeben. Dann siehst du ja, was ich zu dem Thema zu sagen habe, ne? Englisch oder Englisch. Also solche Kommandos sind aber... Der kannst natürlich dann auch in beiden Sprachen, äh, hinschreiben, ne? Das steht dir ja frei. Kannst dir ja zum Beispiel Ausrufungszeichen-Commands und zusätzlich Ausrufungszeichen-Kommandos oder Befehle. Ne? Und dann eben die gleiche entsprechende Antwort, ne? Naja, das ist eine Möglichkeit. Das ist so die, die ich so kenne. So. Ja. Ja, ja. Englisch werden. Schön. Hm. Komisch. Eigentlich hätte es gehen müssen, ne? Nee, nee. Naja, gut. Also, eine Seite geschafft. Ist ja auch halbwegs egal hier. Ja, wir brauchen hier keinen guten Schaden machen. Hier muss ich ja nur den blöden Angriffen da irgendwie entkommen, ne? Lange kann es aber heute nicht mehr gehen, weil... Ich muss gleich auch wieder ins Bettchen, weil morgen ist wieder Maloche und, äh, naja. Überhaupt, überhaupt keine Lust drauf. Aber danach geht es ja nicht. Hm. Genau. Ich habe den Ring vergessen. So sieht es aus. Ich würde zu gern japanisch können. Also gut genug, um japanische Spiele zu spielen und japanische Filme, also zumindest Animes, gucken zu können. Das wäre geil. Hooram. 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 Ich weiß nicht, ob ich da lebend ankomme. Werden wir sehen. Also ich würde gerne Japanisch lernen durch ein Wunder, dass es sofort kann. Ich bin ehrlich gesagt ein bisschen zu faul, das wirklich zu tun. Das gehört zu den Dingen, die ich gern gemacht hätte. Also ich hätte gern aufgeräumt, aber ich räume nicht gerne auf. Ich hätte gern Sport gemacht, aber ich mache nicht gerne Sport. Naja, gut, manchmal, wenn ich angefangen habe, ist es eigentlich in Ordnung. Aber solche Sachen, ne? Ach, was soll's. Das ist eine heikle Stelle, ja, aber das wird schon klappen. Da habe ich nicht so die Bedenken, dass ich daran scheitern werde. Das ist jetzt auch nur so ein Geduldsdinger, ne? Englisch hätte ich zum Glück in der Schule. Und ich muss sagen, mein Schulenglisch war in Ordnung, war nicht besonders gut. Aber ich komme insofern recht gut mit Englisch da zu Rande, weil ich gerne englische Spiele, also weil ich oft englische Spiele spiele oder englische Filme sehe, englische Bücher lese und so weiter. Insofern scheitert's da nicht dran, ne? Aber erst als ich aus eigenem Interesse angefangen habe, mich mit der englischen Sprache zu beschäftigen, ist das auch ein bisschen vorangegangen, ne? Was war das denn eben? Was war das denn? Ich war schon ca. 10 Jahre, perfekt Japanisch. Aber Hören und Verstehen geht schnell. Ich habe mal gehört, dass Japanisch eine sehr, sehr schwierige Sprache sei. Wie weit das jetzt stimmt, ich weiß nicht. Ich hatte das auch in der Schule, aber dann hieß es Englisch. Wer in Englisch dreimal eine 6 schreibt, fliegt raus. Ah, ja, das kommt mir bekannt vor. Bei uns war es allerdings so, Englisch war Pflicht. Da gab es, das war also keine freiwillige Angelegenheit, sondern wir mussten Englisch machen. Und bei uns war es allerdings so, wir hatten auf dem, nee, in der Realschule war es. Ich wollte gerade sagen, auf dem Gymnasium, ich meine in der Realschule hatten wir die Wahl, einfach so die Wahl zwischen Französisch oder Freistunde. Na, da hast du natürlich ein bisschen Pech damit gehabt, ne? Ich habe angefangen, ehrlich gesagt. Die ersten 1-2 Stunden habe ich mitgemacht. Aber dann hatte ich gemerkt, ach, komm. Das ist Arbeit für nutzlos. Aber inzwischen, also jetzt so, denke ich, wäre es gar nicht schlecht gewesen. Also Französisch gehabt zu haben und auch gelernt zu haben, wäre vielleicht gar nicht schlecht gewesen. Ich kann die Wörter, kann ich nicht aussprechen. Okay. Verwirrt. Ripple. Hallo, herzlich willkommen. Rate mal, was du verpasst hast. Das Frustige hieran ist jetzt, dass ich drei Minuten rennen muss oder zwei Minuten und dann nach fünf Sekunden tot bin. Zwei Minuten rennen, fünf Sekunden tot. Schade, dass ich kein Schild benutzen kann, ohne den Lauf zu vernichten. Seht ihr, das dauert doch Ewigkeiten, um hier anzukommen, ne? Inzwischen habe ich übrigens auch mal mir den Maler angeguckt, über den so ein Hype gemacht wird hier. Und bei Twitch, Bob Ross. Und entgegen meiner ursprünglichen Meinung ist das eigentlich ganz entspannend dazu zu gucken. Also einschläfernd und entspannend. Hm, hier steckt doch was nicht. Sollte ich mal sagen, was? Wie machst du? Ich mache gar nichts. Ich habe nichts gemacht. Ich bin einfach nur runtergerutscht und habe gewartet. Ich mache gar nichts. Merge! also strikes break, hallo Was ist denn das für ein Wesen? Das ist das Bed of Chaos oder Chaos Wesen von Isalit im Deutschen. Ist schon ein cooles Teil. Coole Sau, ey. Jetzt bin ich aber schon gleich tot. Ich hab da keinen Haltrank mehr. Macht nix. Das ist aber interessanterweise, Ripple, das ist ein Boss, der ist in einer Hinsicht ziemlich einzigartig. Eigentlich in zwei. Nämlich erstens ist es ziemlich egal, welche Waffe du hast, weil du musst nur insgesamt dreimal Schaden machen. Linke Seite kloppen, rechte Seite kloppen, damit die beiden Arme frei sind. Und dann kann man in die Mitte gehen, wo ich jetzt gleich hoffentlich hinkomme. Oh, danke. Honorius, vielen Dank fürs Hosten und herzlich willkommen. Also, was wollte ich sagen? Ja, das ist das Bed of Chaos, wo es eigentlich egal ist, welche Waffe du hast. Du kannst auch mit der Faust zuhauen. Interessiert gar nicht. Du musst nur links einmal zuhauen, rechts einmal zuhauen. Und der eigentliche Bossgegner ist nämlich nicht das, was man da sieht, sondern etwas, was sich da drin verbirgt. Und das ist also die eine Art, wie dieser Gegner etwas Besonderes ist. Die andere Art ist, dass wenn man erneut reinkommt, man nicht von vorne anfangen muss. Die befreiten Arme bleiben befreit. Also, ich muss jetzt nicht mehr nach rechts laufen, ich muss jetzt nur noch in die Mitte. Und dabei hoffentlich nicht zu Tode kommen. Schieren Asura. Ja, ich mach nichts. Ich mach hier nichts. Ich hab keine Ahnung, wie das kommt. Ich bin einfach nur runtergerutscht. Ich hab nichts gemacht. Balance Ring. Ich hab hier doch gar keinen Balance. Meinst du dem hier? Ich hab hier gehört. Puh. Man muss sich trotzdem hier unten ein bisschen beeilen, weil auch hier unten kein Feuerschaden gemacht werden. Das ist der eigentliche Gegner hier. Ein Schlag, tot. Die einzigen japanischen Spiele, die ich habe, also die, die, sagen wir mal, ursprünglich japanisch sind, sind diese Fatal Frame Spiele, die ich total geil finde. Wovon ich mir jetzt ja auch eins bestellt habe. Also, Fatal Frame 5 ist bestellt. Und ich hoffe, dass das hinter demnächst hier eintrudelt. Ist wahrscheinlich ein Sammlerstück. Okay, ein paar Sälen brauche ich noch. Dann kann ich einmal aufsteigen. So, hast du auch geschafft. Heute geht es voran. Versuchen wir jetzt noch irgendwas? Ja, ich gebe dir noch ein paar Minuten. Pass mal auf. Pass mal auf. Wir reisen mal in Richtung Sif. Und ich will mal gucken, wie viel Schaden der abkriegt durch Magie und wie viel durch Blitz. Ist auch eine etwas stressige Woche für mich, ehrlich gesagt. Erstens habe ich ziemlich viel bei der Arbeit zu tun diese Woche. Ich muss mich auch um Besucher kümmern. Die Dreamcast-Fraktion. Ich habe übrigens noch einen Dreamcast. Moment. Was wollte ich sagen? Ja, stressige Arbeitswoche. Weil ganze Woche ein Besucher da. Ich muss mich um den kümmern. Und obwohl ich mich eigentlich darauf freue, ist am Wochenende ein Treffen mit Freunden. Und irgendwie bin ich eigentlich aber eher drauf, wäre ich eher erfreut, wenn kein Treffen wäre. Weil ich ehrlich gesagt lieber ein bisschen Ruhe hätte. Aber gut, das ist Monate über Monate verabredet gewesen. Die Gestalten haben auch einen Terminkalender, der ist wie eine Presswurst. Da steht da wenn man wenn man mit denen einen Termin oder ein ein Treffen vereinbaren will, um irgendwie was weiß ich Video gucken, Hörspiele hören oder was weiß ich. Wenn ich das jetzt sagen würde, lassen wir uns mal einen Termin machen, würden die irgend so was sagen wie also vor März wird es auf keinen Fall was. Und das ist schon echt lästig. Welchen Eid bin ich denn? Waldjäger. Gut. Dann tun die mir nichts. Vor März wird es auf keinen Fall. Das wollen wir gar nicht erst probieren. Und das macht einen schon echt kirre. Wenn man wenn man mit denen echt und dann ein paar Mal um wieder wieder umgeworfen und nein, jetzt geht es doch nicht. Und jetzt ist da ein 85. Geburtstag und jetzt geht es doch nicht an dem einen Tag, sondern an dem anderen. und wenn dann an dem einen dann aber erst ab 19 Uhr und um 22 Uhr muss ich wieder los und naja. Das sind immer auch arme Menschen. Ja, ich meine wahrscheinlich ist das das Ideal so ein bisschen zwischen die Mitte zwischen dem, was ich so mache und was die so machen. Also die haben so einen unglaublich gestopften Kalender. Das das schnall ich gar nicht. Also wirklich eng an eng kaum mal Zeit sich mit jemandem auf einen Kaffee zu treffen und wenn dann unter Zeitdruck ich habe kaum Termine weil die Freunde die ich habe die treffe ich naja einmal pro Woche oder so ähm das reicht mir dann meistens auch sage ich jetzt einfach mal so ganz stumpf ne ich bin eigentlich eher zufrieden wenn mein Kalender nicht ganz so voll ist. so mal gucken ob ich überhaupt in die Gelegenheit komme zweimal Schaden zu machen naja so oder so auf jeden Fall ist das Wochenende dann äh schon zu einem großen Teil verplant ich muss hier noch aufräumen und hier ein bisschen klar Schiff machen habe ich also auch wieder eine Aufgabe vor mir die ich eigentlich wo ich eigentlich gar keinen Bock drauf habe wenigstens ein bisschen und naja genau ich wollte eigentlich in den meisten Fällen zocke ich lieber mit so ein paar Leuten treffe ich mich gerne und häufig ich seh nix seh nix seh nix okay also Magie ist besser ich glaube dass der schon machbar ist ich muss bloß äh aufpassen auf sowas genau wow hey hey ich bin nicht ich bin irgendwie nicht vorbereitet hier glaube ich ich bin ich bin jetzt hier hier ich ich bin hier ich bin ich bin Ich trau mich mal nicht. Oder ich mach das falsch hier. Die haben SIF 1 zu 1 kopiert. Ja, ja, hab ich gehört, gesehen. Jetzt mal eben AFK, alles klar. Jetzt trifft mal, du olle Toller. Keine Reichweite, ich sag's euch. Keine Reichweite. Wow. Wow. 1st try, 1st try this is back Genau, du hast völlig recht, Landra. Bei mir ist das Verhältnis eher... Also sagen wir mal so, ich habe so ein paar Freunde, die sind mir wichtig. Und mit denen bin ich auch echt gerne zusammen und die möchte ich auf gar keinen Fall missen. Aber mir reichen ein paar Freunde und es reicht mir auch, wenn ich die nicht jeden Tag um mich habe. Ne? Du spielst ja sogar... Dankeschön! Es war sehr knapp. Ich habe keinen Heiltrank mehr und... Naja, wahrscheinlich bin ich noch so ein bisschen im Smoe und Ornstein-Fieber, ne? Korri, kannst du ignorieren, was da steht? Mein Bot ist noch ein bisschen... Der ist noch am Üben, sag ich mal. Der denkt, dein...de ist ein Link. Wegen zum Beispiel, keine Ahnung, google.de oder sowas. Ne? Also macht euch nichts draus. Der ist kein Mod, der übt erstmal, ne? Der Bot, ne? Bot, das ist ein Praktikant. Den müsste ich eigentlich Praktikanten nennen. Ne? Genau. Also ich brauche viel Zeit für mich selber, weil ich bei der Arbeit habe ich Leute um mich rum die ganze Zeit und die ganze Zeit Feuer, die ganze Zeit Action. Und wenn dann einer um die Ecke kommt und sagt, hier, spontan, lass uns heute Abend mal irgendwo hingehen, da habe ich meistens keine Lust. Und das weiß eigentlich auch jeder. Ne? Und meine richtigen Freunde, ich sag mal, die wissen das längst und halten sich... und reagieren auch entsprechend, ne? So ein Praktikant ist das nicht. Aber mein Kaffee ist... Naja, fast alle. Aber er ist kalt. Pass mal auf. Jetzt machen wir mal was Irrwitziges. Jetzt versuchen wir uns einmal... ...an den vier Königen. Und das ist dann das Letzte, was ich heute mache. Wenn es klappt gut. Wenn nicht... Dann soll es das gewesen sein. Ich wäre natürlich der Bringer. Aber irgendwie kann ich noch nicht so richtig dran glauben. Also der Rattenprüfer ist... ...dem auf jeden Fall schon ähnlich. Ich habe dem... Aber der hat schon noch ein paar andere Sachen drauf. Also dieses komische Gammelzeug kotzen, ne? OBS. Ja, genau. OBS benutze ich. So, also, wie gesagt. Ich mache einen Versuch. Und wenn er klappt, bin ich extrem... ...zufrieden mit dem heutigen Tag. Und wenn er nicht klappt, bin ich extrem zufrieden mit dem heutigen Tag. Ne? Weil ich habe eigentlich eher am Anfang vermutet, dass ich jetzt immer noch an Smoe und Ornstein hängen würde. Also ein Versuch ab dem Augenblick, wo ich da auch ankomme. Also wenn ich unterwegs schon getötet werde. Ne, genau. Wenn ich unterwegs schon getötet werde, dann mache ich noch einen Versuch. Ich muss schon einmal bei denen ankommen. Und wenn ich dann aber ruckzuck tot bin, na, dann ist es halt so, ne? Pech gehabt. Wir werden sehen. Hm. 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 Die, die, die. Mal gucken. Ob die eher Blitz... Danke. Eher Blitz abkönnen oder eher Magie abkönnen. Werden wir sehen. Eng um den Pfeiler rumlaufen hilft übrigens dabei, nicht so leicht von dem Schwert getroffen zu werden. Von dem Dark Race, ne? Ich muss etwas zügiger da reingehen. Ich muss etwas zügiger da reingehen. Wink! Ah, mein letzter Post kam vor dem Sturz. Okay. Ich bin auch ganz schön müde, ehrlich gesagt. Tut mir leid. Ich brauche beide Hände. Als hätte ich mir die Hand vor den Mund gehalten. Man kann das Wasser ablassen, das muss man sogar. Sonst kann man nicht... Sonst kommt man hier nicht weiter. Oder? Ist doch so, oder? Genau. Ach Mist, hätte ich aufnehmen sollen. Egal! Ich habe den falschen Ring an. Ich habe da dieses... Wie blöd. Meine Fresse. Den falschen Ring an, der ein Stiefelsymbol macht. Der macht auch ein Stiefelsymbol. Ja, also tatsächlich, man muss das Wasser ablassen. Das ist schon richtig. Ja. Ja. Nee. Nee, nee, nee. Jetzt habe ich aber den richtigen an. Das wäre echt peinlich geworden, wenn ich den anderen Ring angehabt hätte und mich dann hätte beschwören lassen für kooperatives Spiel. Noch nie gespielt? Nee, ich spiele es zum ersten Mal. Tut mir leid. Ich mache gerne Blind Speed Runs. Nein. Ach, du meidest mich gar nicht. Ich... Ich... Ja, ich... 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 Ja. Ja, aber bloß auch mit deiner Magie. Möp. Dann hau mich halt mit deiner scheiß Drecksmagie. Medias, yay! Der Zweite ist da, yippie! Und die stehen sehr eng zusammen, yippie! Okay, 84. So ist es 75. Blitz ist besser. Pünktlich zum einzigen Trial. Medias. Ach toll! Lingering Hitbox, so nennt man das, ne? Vier Könige, nicht heilige Vier Könige. Na toll, ich hab beide Magie abgekriegt. Trink, trink! C'est nix. Ah. Ah! Das war's für heute. Das sind übrigens bis jetzt fünf. Weil eben habe ich schon einen plattgemacht und es sind noch vier. No! 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 ich dachte er steht grüne blüten werden sinnvoll trink, meine fresse grüne blüten sorgen dafür dass deine ausdauer ein bisschen schneller steigt ich sehe nichts das wird wahrscheinlich nichts mehr werden vor allem jetzt nicht nachdem ich noch weitere magische angriffe abgekriegt habe nee das war es vorbei aber das sieht doch sehr machbar aus ich habe beim allerersten versuch schon 60% schaden gemacht also sehe ich das so als wenn das schon machbar ist gut aber das soll es gewesen sein halb elf wie lange bin ich jetzt dabei? Moment mit der Maus raus Maus und raus Maus rein mit ein paar Menschlichkeit reicht das das wird schon werden wie lange bin ich dabei? fast 5 Stunden ist echt klasse Dankeschön Dankeschön so langsam gehen ein paar Sachen ne? genau also morgen denke ich mal morgen werden wir wahrscheinlich die vier Könige platt kriegen und dann geht es in Richtung Sif ne nicht Sif sondern Sif dann fehlt noch Nito der wird noch mal kann unter Umständen noch mal lästig werden weil ich da ähm ähm naja gegen gegen Haufen kleine Skelette noch antreten muss vielleicht trage ich dann wirklich mal irgendwie eine dicke Rüstung werden wir sehen und dann schauen wir mal ne ähm wie das dann vorangeht und dann fehlt ja eigentlich nur noch ähm nur noch äh Quinten ne also auch Raff XO und alle anderen Ripple Kantenflimmer Medias Lindra wen haben wir hier noch äh gucken wir mal gucken wir mal Medias Kantenflimmer Ripple äh Grimbot ähm Misarios weiß nicht der guckt da aber nicht mehr zu äh Sunfin natürlich falls er noch da ist BKB ne alle die da sind vielen Dank für euren Besuch und äh wenn ihr wollt sehen wir uns morgen ne macht's gut ciao destructive 2005 N 1 0 0 0